Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo zusammen, das ist Ricci Cabanas. Ich bin scheuch, wenn ich jemanden kenne. Und wenn ich jemanden kenne, dann alles andere als scheuch. Und als Dritt würde ich sagen, zuverlässig. Hallo, Ricci. Hallo. Was bei dir sehr stark sichtbar ist, ist dein Durchhaltevermögen. Dein mentale Durchhaltevermögen. Das sieht man hier, weil du hast ja ganz starke, starke Querfalper in den Stimmen. Was es kann sein, hier und hier, ist natürlich, dass du ein bisschen stur bist. Du bist halt ein bisschen stur und so. Aber es ist in dem Sinne nicht, weisst du, eine Sturheit, die anderen schadet. Und das dann noch mit Leidenschaft und Temperament. Das dann schon. Das zeigen mir deine starken Augenbrauen. Die zeigen mir natürlich schon, der Ricci hat ein bisschen Temperament. Und wenn ich mir das als Nichtsfussfaller vorstelle, dann musst du schon etwas vergiftet sein. Nein, das stimmt nicht. Mann, das trifft dir nicht zu. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist ja das wahrscheinlich, was dir gefällt. Was mich so beeindruckt hat, ist, dass man das im Gesicht sehen kann. Das ist ja unglaublich. Man fühlt sich schon ein bisschen nackt vor dem Pietro. In dem kann man gar nichts verstecken. Und das ist manchmal ein bisschen... ein bisschen komisch. Dein Ohr ist ja nicht allzu rund hier draussen, das weisst du sicher. Er hat auch eine Ecke draussen. Das ist schön, weil da habe ich genau gesehen, dass meine Tochter genau das gleiche Ohr hat. Und da weiss ich genau, das ist wirklich von mir. Ja genau, das ist von dir. Ja, ja. Es gibt natürlich Ohren, die sind auch schön rund. Ich meine das Ohr ist genau von mir. Ja, ja. Dass das Kind von mir ist, das habe ich ja sonst. Ja, ja. Und das heisst, du hast auf der mentalen Ebene, weil da oben so eine... eine Spitze ist, weisst du? Das heisst, hier und da ein bisschen Flausen im Kopf. Also wenn ein Trainer erkennt, ein Coach erkennt, was jeder Spieler für Fähigkeiten mitbringt, nicht nur fussballtechnisch, sondern auch menschlich, dann kann man ein Team von der Harmonie her extrem stark bilden, ohne dass sich ein Spieler verändern muss. Aber der Trainer müsste es auch dazu haben, die richtigen Leute auch menschlich, Team integrieren. Und da kann so ein Knäckseli da sehr willkommen sein, situativ, sehr. Harmonie ist für dich ganz wichtig. Du brauchst Harmonie, du bist vielleicht sogar jemand, der, wenn es dich trifft, sogar vielleicht auch gleich mal Tränen, wenn du Freude bist oder traurig bist. Das läuft dann auch gleich so. Wie sieht man das? Ja, du hast eher ein rundes Gesicht, da hat es nicht so viele Ecken drin und Kanten. Rundes Nesli, rundasch, 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 da istch, rundasch, da istch, da istch... Das ist viel Essen. Nein, 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 das ist deine Form, die du hast und die ist natürlich lieblich und harmonisch orientiert. Danke, es war sehr beeindruckend. Viel Erfolg, Gritti wünsche ich dir. Danke, ebenfalls. Ciao, ciao.